Wir haben eine Weltreise gewonnen, aber es ist schwierig, sie in 15 Minuten darzustellen. Sie werden nicht die touristischen Orte besichtigen, Guten Morgen, ich bin der Ausergebönigke, von allen Personen und Überallis, werden Sie aber etwas lernen. Chiara und Sarah haben einen Weg in den ganzen Weltkrieg, die in 15 Minuten werden, in 15 Minuten. Sie werden nicht touristisch sein, sondern ein bisschen strani, aber da ogni persona e da ogni luogo impareranno qualcosa. Buon racconto. So, 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 warte mal! Was? Wir haben den Weltkrieg gewonnen? Wir haben den Weltkrieg gewonnen? Ja! Also, was ist unser Mystery-Preis, Chiara? Eine Weltreise. Eine Weltreise? Ja! Ich habe immer davon gezäumt, Paris, New York, Mainland und Doppel zu besichtigen. Nein! Warte! Was? Hier steht... Ich fahr' jetzt nach... Was? Mexikon, Apel, Afrika! Afrika! Kasablan, Sophie! Nein! Masei! 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 Schöner Besuch? Ah ja, aber sei vorsichtig mit deiner Tasche. Hier sind alle Dieben. Alle wissen, dass die Italiener alle Verbrecher sind. Echt? Ja. Ich wusste das nicht. Nein. Werden Sie? Werden Sie? Werden Sie? Werden Sie? Werden Sie? Wie immer. Was? Hast du gesehen? Was haben Sie gemacht? Aus Neumestadtland? Ja, Moment, vielleicht. Hier. Okay, also. Wo sind wir? Nein! Nein, nein, nein. Werden Sie nicht verspannen lassen? Ah, Dankeschön. Nein, nein, nein. Nein! 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 Herzlichen Glückwunsch! Wir sind in Kanada, aber ich bin so müde. Ja, ich glaube. Wir sind schon fast sehr lang. Ja, zu lang. Ich will nur meinen Koffer haben. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja. Guten Morgen. Ich bin Luz, eine Beamtin des Flugabes, Nina, Pinta und Santa Maria. Und willkommen in Kanada. Danke. Ja, es gibt aber ein kleines Problem. Wir haben eure Tasche verloren und ihr müsst ein bisschen warten. Was ist passiert? Was? Wo ist mein Koffer? Wo gehen Sie? Ich habe eine Frage. Du komm, ich komm, ich will mein Koffer. Wir haben die Tasche sofort. Ja, 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 einen Moment. Ich lasse es. Hey, bitte. Hey, die Tasche. Hey, mich. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Danke. Ah, wuh. Nina, ja, ja, okay. Ja, sie sind sehr schön. Hier ist alles so gut, ne? Ja. Ja, 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 ja. Freilich. Wir schreiben hier in Kanada, die Natur sehr schön ist. Nein. Denn wir respektieren und liebe Natur. Bitte, die Appelle in den Münheimer. Wir müssen hier. Nein, sofort. Die Appelle in den Münheimer. Okay, okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und wir müssen noch mal ресachsen gehen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber gut wie viele imigranten. So viele imigranten. Ja. 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 Imigranten. Musik. Applaus Ich bin in Deutschland verstanden. Es gibt wirklich viele Migranten. Daher will ich eine große Mauer bauen, um sie zu blockieren. Wie ich, Amerika-Greta-Gang. Also, wollt ihr die schönsten Städten besichtigen? Natürlich! Ich bin sehr reif, ich kann heute begleiten. Los Angeles, New York, Las Vegas in Nevada. Ja! 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 Ich bin sehr vereint. Ja! Ja! Ich bin sehr vereint. Ha! Kaputt! Nein! Hi! Hallo! Wollt gerade jetzt das Taxi kaputt gehen? Schade! Guck, wo sind wir jetzt? Ich weiß das nicht! Schade! Das ist euer Typ! Das ist euer Typ! Das geht fast, oder? Oh! Deutsche, ich heiße Juan Pablo Schaperon Mojito Santiago de la Esperanza García González. Und das ist der Kassafrein. Guacamole! Nein! Nein, bitte! 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 Was macht ihr? Das ist deine Karottischung von Polita! 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 Ja, wir sind Lama-Zinina. Und warum ist euer Lama so bunt? Gelb-blau-rosa? Como porque? Heute ist Carnaval! Pepe! 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 이에요! Pfe! Pepe! 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 Das war's für heute. Ja, zufrieden, mein Gott, niemand. Hallo, willkommen in Afrika, ich heiße Sabine. Diese sind Burururu, schwarze, schwarze, schwarze. Ja, ragazzi, ich lasse ein Rettchen. Ich werde gerne mal hier, mein Dorthmann sei gut, wenn du so bist. Angenehm, ich bin Maria, und sie ist Parala. Ich bin Heißkirra. Ich bin Sarah, und sie ist ja eine Freundin von mir. Ist alles in Ordnung, ihr seht so nerviert aus. Ja, ich habe nie ein ärmeres Dorf gesehen, wir können hier reden. Ja, du hast recht, wir sind arm und simpel, sind wir schon. Aber wir sind reich im Herzen, Wunderschatz ist die Einfachheit. Genau, alle müssen sich gegenseitig. Die Kinder spielen weiter und die haben untereinander keine Konflikte. Wir sind alle eine große, wundervolle Familie. Wow, es ist so schön, wenn alle sich so benehmen. Wir sollen auch die Kinderfamilie gehören. Ja. Ich bin Heißkirra. Ich bin Heißkirra. Das hat sich so gut, wenn alle sich so gut, wenn alle sich so gut am 3-4-4-4-4-5-4-5-5-5-5-6-5-5-5. Und ich bin Heißkirra. Applaus Ähm, wo sehen wir? Ich weiß es nicht. Schalt den GPS-System ein. Moment mal. Es gibt einen Internetanschluss hier. Was? Ja, fuck it. Oh, Entschuldigung. Wissen Sie, wo wir sehen? Ich bin so wäppig, ich bin so wäppig, ich bin so wäppig. Ich bin so wäppig, ich bin so wäppig. Ich bin so wäppig, ich bin so wäppig. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Ja, danke. Sarah? Sarah? Sarah, Entschuldigung. Wissen Sie, wo Sarah ist? Suchst du die Hilfe vom mächtigen Ganesh? Nein, ich kann nicht. Sarah hat es mehr zu tun. Sarah? Papa? Ja. Ich werde sie ja sagen, wo sie ist, nur wenn du nicht heilhaar bist. Äh, nein, danke. Ich suche sie lieber allein. Nein. Sarah? Sarah? Sarah, wo bist du? Sarah? 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 Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. I pregiudizi rendono ciechi, meno male che da essi ci si può separare. Friedrich Schiller Applaus 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 Applaus